Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Heute geht es um die Hintergründe der Klimapolitik und das ist ein sehr spannendes Thema. Der neue YouTube-Kanal läuft ja ganz gut an. Vielen Dank nochmal für die sehr lieben Kommentare unter dem letzten Video und auch über die Likes und über die Abos. Mal sehen, vielleicht knacken wir ja demnächst die 100 Abonnenten Marke. Gloria von Törn und Taxis ist Ihnen vielleicht bekannt als Dauergast bei Julian Reichelt. Kürzlich war sie aber auch in einem Interview zu sehen bei Jasmin Kosubek, die bekannt geworden ist über RT Deutsch und jetzt einen eigenen Kanal betreibt. Kosubek war bei diesem Interview meiner Meinung nach glänzend vorbereitet. Sie fragte, warum die Fürstin dauernd bei Reichelt ist und sie verriet, dass sie mit Reichelt schon sehr lange bekannt ist, eine sehr gute Bekanntschaft pflegt und von daher eben sehr gerne immer dort Rede und Antwort steht. Aber so nachbohren wie Jasmin Kosubek hat Reichelt noch nicht. Denn Gloria von Törn und Taxis, so die Interviewerin, war Gast letztens beim 100. Geburtstag von Henry Kissinger, einen der einflussreichsten Politiker aller Zeiten. Von meiner Seite könnte man noch ergänzen, dass vor wenigen Jahren die Fürstin zusammen mit einem bayerischen grünen Politiker mit Bill Clinton und Hillary Clinton auf dem Oktoberfest war. Gehört Gloria von Törn und Taxis zur Elite? Was meine ich mit Elite? Elite mit Elite meine ich Machtelite, also nichts Positives. Das sind Leute, die uns Bürger ärgern und uns Bürger beherrschen wollen. Gloria von Törn und Taxis sagt, nein, sie gehört auf gar keinen Fall zu dieser Elite, aber sie verkehrt eben in diesen Kreisen. Sie macht eben die ganze Spaltung nicht mit und alle von allen Seiten schätzen eben die Fürstin wegen wegen ihrer Intelligenz und aber auch wegen ihrer Ehrlichkeit. Es ist faszinierend, wie Gloria von Törn und Taxis die Klimapolitik einschätzt. Da sie ja mehr Einblick hat als unser einst, aber gleichzeitig eben ehrlich, offen und glaubwürdig ist, muss man ihre Einschätzungen zu der ganzen Sache ernst nehmen, ihre Verschwörungshypothesen, so will ich sie mal nennen, beachten. Das deckt sich außerdem ganz gut mit meinen Recherchen und zu diesem Thema gibt es eben heute diesen Kommentar, beziehungsweise eine Analyse. Also ich möchte drei Punkte der Fürstin herausstreichen. Sie meint erstens, Klimapolitik ist ein reines Geschäftsmodell und sonst nichts. Es ist eine Story, würde man an der Börse sagen. Und genau um die Börse geht es auch letztens. Es sind nämlich Investoren, sehr große Investoren, Multimilliardäre, die eben das Ganze betreiben und so die Fürstin weiter. Diese Investoren wollen keine Demokratie. Sie wollen also die Demokratie in den westlichen Ländern abschaffen. Vorbild dieser Leute ist das System China, also eine Diktatur. Drittens, die Deindustrialisierung von Deutschland ist nicht ein Versehen, sondern genau das ist gewollt. Es ist faszinierend, denn diese drei Thesen fügen sich sehr gut ineinander. Es ist ein Gesamtkonzept. Gloria nennt auch den Grund für die Ablehnung der Demokratie. Die Investoren, die Großinvestoren, die wollen Verlässlichkeit. Sie wollen keinen Regierungswechsel. Sie wollen keine Änderung der Politik, insbesondere nicht der Klimapolitik. Denn da geht es um den Umbau von der Marktwirtschaft hin zu einer Kommandowirtschaft, zu einer faschistoiden Kriegswirtschaft sozusagen. Es wird Krieg geführt gegen den Wandel des Klimas. Und die Politik soll dabei die Wirtschaft lenken und zwar bis ins kleinste Detail. Sie sollen zum Beispiel in ihr Haus eine Wärmepumpe einbauen und damit heizen. Sie sollen ein Elektroauto fahren. Ja, das Ganze soll nicht nur empfohlen werden, sondern das soll letztlich Pflicht sein. Gasheizung entgegen, oder ein Auto mit Verbrennermotor, ein Dieselfahrzeug. Solche Sachen, die Sie eigentlich gerne haben wollen, die sollen verboten werden. Nicht der Kunde entscheidet also, was gut ist, sondern der Staat. Und das ist natürlich eine glänzende Perspektive für Investoren. Denn die Investoren müssen eben nur in die Produkte investieren, die ihnen aufgezwungen werden. Und schon werden sie steinreich. Und sie wissen auch genau, welche Produkte ihnen aufgezwungen werden, weil sie eben genau diese Politik vorantreiben. Und vor diesem Hintergrund wäre natürlich ein Regierungswechsel, ein Wechsel hin zu einer anderen Politik, zu Politikern, die Verbote gar aufheben wollen oder sie nicht mehr zwingen wollen, ein Elektroauto zu kaufen oder gar kein Auto mehr zu haben. Diese dürfen natürlich auf gar keinen Fall rankommen und die dürfen auf gar keinen Fall gewählt werden. Und sie würden natürlich gewählt, wenn wir eine freie Debatte hätten und eine freie Demokratie. Also die ganze Klimareligion, die ist inszeniert. Es wird daraus eine Frage der Moral gemacht. Es wird behauptet, diese Politik sei alternativlos. Und jede Partei, die eine andere Politik betreiben möchte, die vielleicht bei der freien Marktwirtschaft bleiben möchte, sie wird verteufelt. Die AfD zum Beispiel sagt zu dem Ganzen Nein als einzige Partei im Moment in der Bundesrepublik Deutschland. Aber daher wird sie auch so verteufelt und soll sogar verboten werden. Warum soll jetzt Deutschland dieindustrialisiert werden? Warum wird ein Krieg gegen Deutschland geführt? Ganz einfach. Deutschland ist erfolgreich wirtschaftlich. Es gibt in Deutschland eine florierende private Marktwirtschaft. Es gibt sehr viele Familienunternehmen und unzählige von diesen Familienunternehmen sind auch nicht an der Börse, sondern eben in Privatbesitz. Und diese Art Marktwirtschaft von Familienbetrieben, großen Teil, die ist natürlich viel besser als eine Kommandowirtschaft, so wie sie den Machteliten vorschwebt. Es wird eben eine globale Diktatur verlangt und ein globaler Sozialismus oder Faschismus oder nennen Sie es, wie es wollen. Und ein solches System kann eben eine eigenständige, freie Marktwirtschaft nicht dulden. Es wäre eine zu starke Konkurrenz. Jeder würde sehen, dass die Marktwirtschaft besser funktioniert. Daher die Klimakirche und die Gründung der Klimakirche, da die steht in Verbindung mit einer entscheidenden Person. Der Mann erlebt mittlerweile nicht mehr. Er hieß Morris Strong. Dieser Mann war auch sehr stark. Warum war der so stark? Weil er war ein guter Freund und Kumpane von David Rockefeller, dem steinreichen Bankier, einem der einflussreichsten Finanzoligarchen aller Zeiten. Strong war ein guter Organisator. Er war gleichzeitig Kommunist. Er war begeistert vom chinesischen System. Er war begeistert vom Mao Zedong, vom Diktator, der die meisten Todesopfer zu verantworten hat in der Geschichte der Menschheit. Strong gründete im Jahr 1972 die UNEP, das ist das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, United Nation Environmental Program. Schon drei Jahre später, 1975, übergab er den Chefposten des Umweltprogramms an Mostafa Tolba aus Ägypten, der dieses Amt dann viele Jahre lang ausfüllte. Natürlich zog Strong immer noch alle Fäden. Strong, inzwischen Ehrenprofessor der Universität Peking war darüber hinaus sehr umtriebig, vor allem auch in und für die Weltbank. Die Weltbank ist auch immer wieder aufgefallen durch Propaganda für diesen ganzen Klimazirkus. Die Gründung der Klimakirche sollte im Jahr 1980 dann geschehen. Da wurden verschiedene Wissenschaftler eingeladen ins beschauliche Villach in Österreich, in Kärnten. Und das Ganze ist aber gescheitert. Es gab zu viele Bedenken. Dann hat man das Ganze besser vorbereitet und hat einen neuen Anlauf gemacht. 1985 hat man wieder nach Villach geraten. Strongs kanadischer Freund Jim Bruce, ein Mann, der den meisten völlig unbekannt ist, der aber der Gründer des IPCC war, des Weltklimarats, des International Panel of Climate Change. Der hat diese Konferenz 1985 geleitet. Mostafa Tolba, der Chef des Umweltprogramms, hat eine flammende Rede gehalten im Vorfeld und dabei die Teilnehmer eingeschüchtert. Er hat gesprochen, die Teilnehmer hätten eine riesige Verantwortung für den Planeten. Sie müssen den Weltuntergang, den drohenden Weltuntergang verhindern. Die Teilnehmer waren vielfach junge Computer-Nerds, die mit Klimamodellen ihre Großrechner gefüttert hatten. Es wurde betont, es sind keine Vertreter von Ländern oder Organisationen, sondern die Eingeladenen sind rein privat und in eigener Ehrensache, in ihrer eigenen Verantwortung da. Und dazu diente eben diese massive Gehirnwäsche der Leute. Natürlich war von Tolba und Strong der Hintergrund des Ganzen über dieses Thema, die Vereinten Nationen zu einer Weltregierung auszubauen, die über den Nationalregierungen steht, also die die quasi die Abschaffung der Demokratie besiegelt. Ja, es gab nach dieser Gehirnwäsche und nach den einzelnen Vorträgen der jungen Leute, gab es eine Abschlusserklärung, die natürlich schon vorformuliert war und jeder musste sie absegnen. Und daraufhin wurde eben dieses IPCC, der Weltklimarat, gegründet und die Begriffe Klimakatastrophe und diese ganzen Wörter, die wurden dort erfunden. In der Abschlusserklärung dieser 1985er-Konferenz stand schon genau das Gleiche drin, wie in allen Klimaberichten, in allen Berichten dieses IPCC. Es droht eben die Klimakatastrophe, wird behauptet, was für ein Blödsinn. Der Meeresspiegel steigt dramatisch an, sodass ein Großteil der Menschheit quasi absäuft. Auch ein Riesenblödsinn, natürlich. Und eben nicht nur die Aufforderung, sondern die mit Nachdruck gestellte Forderung, wir müssen unbedingt und radikale Klimapolitik machen. Und genau darum geht es auch. Es geht nicht ums Klima. Das ist alles völliger Unsinn, sondern es geht eben um die Klimapolitik. Und die Politik soll eben die Kommandowirtschaft einführen in allen Ländern, die Marktwirtschaft abschaffen, die Demokratien abschaffen. Ja, sie wollen die Demokratie abschaffen, sie wollen die Freiheit abschaffen, unsere Freiheit abschaffen, sie wollen die Marktwirtschaft abschaffen und sie wollen uns unser Eigentum komplett rauben. Und wir Bürger dürfen uns genau das nicht gefallen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und geben Sie gerne ein Like und ein Kommentar. Ciao. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe Schnupper oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.